Im Moment ist es ja sehr trendy, so große Abbildungen, so comicartige Abbildungen auf den Shirts zu haben. Das haben wir auch in unserer Kollektion verwirklicht. Das hier ist die größere Weichpuppe, die ist sehr, wenn Sie sie angreifen, sehr soft, sehr weich. Das ist die Little Emily. Also wir haben einmal Emily, Little Emily, Baby Emily unterteilt, also von Geburt an bis zur Spielpuppe. Ganz besonders ist hier unsere Little Emily mit Musik und Licht zum Einschlafen. Also das ist eine Puppe, mit der man eben auch einschlafen kann. Und das Besondere, wenn man auf ihr kleines Herzchen drückt, dann leuchtet es und es ertönt eine schöne Melodie von Mozart. Und Mozart ist ja für Kinder sehr beruhigend. Sehr entspannt.